Guten Morgen an diesem 31. August, der allerletzte Tag vom Löwe-Monats. Wir schauen wieder ins Doreen Virtue Engel Tarot. Was für eine Tageskarte bekommen wir für heute? Was ist die heutige Tageskarte? Wir haben Klarsehen. Klarsehen. Das entspricht dem Gehängten im regulären Tarot. Hier steht, es ist an der Zeit, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Du hast das segensreiche Talent, jenseits der gegenwärtigen Situation zu blicken und fantastische Möglichkeiten zu visualisieren. Keine Angst, die Unterbrechung des Momentums, während du deinen Plan überdenkst, wird nicht lange dauern. Nimm deine Einzigartigkeit dankbar an und erlaube ihr, dir bei deinen Plänen behilflich zu sein. Ja, oftmals hat man, wenn man eine andere Perspektive einnimmt, doch einen Erleuchtungsmoment. Das wird im Yoga immer ausgedrückt mit dem Kopfstand, dass man die Dinge aus einer anderen Perspektive sieht. Finde ich eine sehr, sehr schöne Karte. Ja, wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da und wir sehen uns morgen für das nächste tägliche Kärtchen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.